Klassifizierungen von IGP Effektpulverlacken. Herzlich willkommen zu unserem Kurzvideo. Mein Name ist Lukas Schloss. Warum Klassifizierungen von Effektpulverlacken? Diese dienen als Hilfestellungen für Anlageparameter, Anlageeinstellungen und deren Rückgewinnbarkeit. Die Effektpulverlacken sind in fünf Klassen aufgeteilt. Als erstes Klasse 5 mit einer sehr hohen Rückgewinnbarkeit bis runter zur Klasse 1 mit einer geringen bis gar keiner Rückgewinnbarkeit. Hier auf dieser Pulverschachtel als Beispiel können Sie ablesen die Klassifizierung 4 Sterne und die Verarbeitungsrichtlinie dazu. Wie im Beispiel abgebildet die Effektklasse 4 Sterne, die Verarbeitungsrichtlinie, Rückgewinnung im Kreislaufbetrieb und alle anderen Parameter dazu. Wie erwähnt finden Sie jegliche weiteren Informationen auf unserer Verarbeitungsrichtlinie. Nun wünsche ich Ihnen ganz viel Spass mit dem Verarbeiten unserer IGP Effektpulverlacken. Bis bald!